Inversion von Naboo geschafft und es geht weiter zum nächsten Level. Flucht von Naboo. Wir spielen natürlich die Story. Episode 1 Die dunkle Bedrohung Kapitel 3 Flucht von Naboo Boss Nass, der Anführer der Gungan, weigert sich den Menschen Naboo's zu helfen. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi verlassen daraufhin seine Unterwasserstadt und Eiland zum Königspalast in Thet. Als die Kampfdroiden der Handelsföderation in Thet einmarschieren, können Königin Amedala und ihr treuer Beschützer Captain Panaka nichts tun, um die Zinvasoren aufzuhalten. Okay. Ich denke mal, dass es jetzt mein Job sein wird, die Droiden, die einen Maschinen-Droiden-Invasion aufzuhalten. Oh! Ich spiele nicht mit einem Jedi, super toll. Ich weiß nicht, was ich von solchen Pistolenleuten halten soll. Oh ja. Aber ich werde mit dem Typen spielen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Mit Königermadala. Ich bin nicht eher so der Prinzessentyp, ich bin eher so der harte Kerl. Sonst spiele ich eher lieber so den Brownie hier. Mein Gott, ey, sind so schlecht. Ey, lass mich auch von der Drehendtyp. Ne, der hat sich von der Drehendtyp gelassen. Das war nicht ich oder meine Schuld oder so. Wer würde schon darauf kommen? Naja, jetzt sammeln wir hier erstmal ein paar Münznein und zerstören mal so ein paar Dinge hier. Um an ein bisschen Geld zu gelangen. Geld, Geld, Geld. Das ist schon Geld. Geld ist eine Menge. Aber Kosten tut das Spiel hier nicht so viel Geld. Glaube ich. 10 Euro. 9,99 Euro. In der Spielepyramide. Weiß ich nicht. Nein, ich weiß es wirklich gerade nicht im Moment. Aber irgendwie wird es dabei liegen. Das ist ja nicht mehr so das Aktuellste. Ist ja schon ein paar Jährchen alt. Wenn wir jetzt zu Lego Harry Potter 2 oder so. Das kostet immer noch 30 Euro. Oder Lego Batman 2. DC Heroes. Und ja. Angespielt oder gespielt hatte ich erst nur Lego Harry Potter 1. Harry Potter 2 habe ich noch nicht gespielt. Höchstens die Demo. und Lego Batman 2 noch gar nicht. Will ich mich auch noch mal ein bisschen überraschen lassen. Also auskennen tue ich mich mit diesen Spielen überhaupt auch gar nicht. Ich weiß aber nur, dass sie nice sind, weil jedes Lego-Spiel geil ist. Also, ne. Ich finde es einfach geil. So. Und wir schießen Zäune ab. Das ist die normale Härte. Man hat ja auch sonst kein anderes Volk, Zäune abzuschießen. Der Palast wird von Druiden angegriffen. Es werden bis zu Maschinen Druiden ins ganze Schloss ein. Die Königin war kurz davor, ein Führer zu werden. Oder die Prinzessin, wie auch immer. Und hier, Meister Captain Panaka hat nichts Besseres vor, als Zäune abzuschießen und daraus Münzen einzusammeln. Ja. Das ist normal. Aber, davon ab, äh, Captain Pakakalaka-Fakada-Kakapaka hat's geschafft. Er hat alle Zäune abgeschossen. Das ist absolut awesome. Denn jetzt hat er ungefähr, oh, 3000 Münzen mehr. Nein, okay. Hören wir auf mit dem Scheiß. Jetzt werden Festerscheiben eingeschossen. Ist ja nicht so, dass es unser eigenes Schloss ist oder so. Ähm, naja, wie es so ist, ne? Wie es nur ist. Alles, was aus Legos, kann zerstört werden. Ob es mir gehört. Oder ob es meinen Gegenden gehört. Das interessiert im Augenblick nicht. Boah. Ja, ja. So, den kann man anzaubern. Jedis haben wir hier nicht, also können wir auch nicht zaubern. Oh. Oh. Das war ein ganz harter Droide. Du, der kann, der, 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 der kann sogar zwei Schläge, sogar zwei Schläge abwehren. So. Ich hoffe mal, dass nach diesen Droiden auch mal wirklich irgendwann noch mal anspruchsvollere Gegner kommen. Ja, nichts gegen euch, Droiden. Ihr seid richtig stark und so. Ja, ich hab kaum Chance gegen euch, aber... Etwas anspruchsvolleres. Wäre doch nicht zu viel verlangt. So. Ups, ups. Ups, sterb, sterb. Scheiße. Jetzt bin ich dead. Jetzt apropos dead. Zed's dead. Kennt ihr Zed's dead? Zed's dead ist ein ganz nicer Musikkünstler. Ich hör ihn gerne so. Also, ich wurde auf ihn aufmerksam durch Ice and Fire von Blue Foundation. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist so geil, das Lied. Ohne Scheiß. Und seitdem hab ich auch mal Spotify und so weiter mal ihn eingegeben und so. Und das ist echt ganz geile Musik, finde ich. Ich bin eh so ein Dubstep-Fanboy. Ey, ich... Ich find das richtig geil, diese Musik. Und... Und das ist auch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das so hundertprozentig Richtung... Bah... Dubstep ist. Es ist dieses... Einfach dieses Electronic Beats und so da reinbringen und so. Das find ich schon geil genug. Dann werden wir mal mit dem Thema Dead. That's dead. So. Das machen wir auch nochmal. Verschieben die ganzen Kisten da mal rein. Ja. Ja, leider ist das an Dubstep ein bisschen blöd, dass das im Moment so Mainstream ist. Dass jeder Dubstep hört und das jeder so mag. Wär natürlich ganz geil, wenn das so... Wenn man eher so ein bisschen zu einer Gruppe gehört, die eher noch ein bisschen kleiner ist, die Dubstep mag. Aber... Naja. Wie soll ich schon auf Dubstep... Wie soll ich schon auf Dubstep kommen? Oder wer soll schon Dubstep-Lieder produzieren, wenn... Das eh nur zu wenig Leute machen. Okay. Aber ich find die Musik nice. Mich wird daran keiner hindern, das nicht mehr zu hören. Äh, keiner daran hindern, das zu hören. Ähm, aber hier... Ja. Ich denk mal eher nicht, dass die im Star Wars Alter hier Dubstep hören, ne? Oder? So irgendwie Dala und... Äh, hier... Seid ihr treuer Gefährte Papaka. Jo. Kann ich schon ihr Butze da vorstellen, wie ihr da einen ordentlich... Updance und dann... Und dann Dubstep-Dance mäßig so... Voll abgehen. Wee, so... Zerstören wir die Scheibchen. Kaputt mit euch. Ähm. Eher so der Nervkram, find ich, so die ganzen Scheiben zu stören. Naja, das rege ich mich darüber auf. Ich mach's ja freiwillig. Keiner zwingt mich dazu, das zu zerstören. Naja, aber Kritiken kann man ja abgeben. Ich will hier eben auch die Münzen haben, ne? Ja. So, die Blumen... Das Blumenbild kann ich... Lllllll... Die Blumenbild kann ich nicht zerstören. Aber ich kann hier runter fliegen, okay? So. Wie? Boots. Boots, Boots, Boots. So. Ja, Leute. Ganz nice am heutigen Tag ist auch, abgesehen von meinem neuen, geilen, Lego-Stars-3-Let's-Player, das heute wieder die Bundesliga begonnen hat. Die 50. Saison. Also heute ist Samstag. Weitere haben die schon gespielt. Und mein Lieblingsverein, der HSV... Naja, was heißt Lieblingsverein? Ah, was heißt Lieblingsverein? Also es ist... Ist schon so ein Gurkenverein, ne? Was meint ihr? Wir sind ein Gurkenverein. Muss ich leider sagen. Also die kriegen nichts zustande. Gegen Karlsruhe 4 2 verloren, die Spielpokal. Jetzt gegen Nürnberg 1 2 verloren. Also meiner Tipp-Runde weiß ich echt nicht immer nicht, was ich so machen soll. Ja, ich bin Hamburg-Fan. Ich tippe ungern gegen HSV, aber das muss ich leider des Öfteren noch machen. Und das war Nürnberg, weil ich stark am Zweifeln so. Ich kenne sie, Auftakt und so. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie das immer war. Haben sie am Anfang... Waren die immer... Haben die da immer so verkackt oder haben die da immer so gut abgeschnitten? Es gab beim HSV immer so eine Zeit so immer richtig gut. Dann wieder richtig schlecht und so weiter. Ähm... Weiß ich gerade nicht ganz genau, ob das Anfang der Saison war. Ne, am Anfang verkackt und am Ende sind sie immer nochmal... Haben sie was gerettet? Ich erinnere mich... ...gibt Stevens... ...z.b. ...spiel... Ähm, Martin Yoll. Wie die, die am Ende der Saison... Ja, Trainer weg. Trainer weg. Äh, und dann... ...kommt der neue Trainer und dann geht das wie die Hamburger wieder nach oben. Ähm, sogar Ui Kamp noch gerettet und so weiter. Wollen wir hoffen, dass es diese Saison ein bisschen besser wird. Hat Thorsten Fink auch schon angekündigt. Aber... ...da bleibe ich eher pessimistisch. Auch immer eine Tipp-Runde. Wo fände der erste Trainerwechsel statt? Da habe ich eiskalt Hamburger SV gecipt. Na, was muss das muss? So. So, hoffentlich die, die Fußball nicht interessiert haben, das Video jetzt nicht weggeschaltet. Ich... ...rede jetzt nicht mehr über Fußball. Ich kann über andere Sportarten reden. Gleichberechtigung. Sagen wir mal so am Rektor oder so. Nein, Olympia war echt nice. Habe ich mir immer angeschaut. Mache ich immer gerne, alle vier Jahre. 2016, schade. Echt schade, als die zwei Wochen vorbei waren. Da hatte er immer was so zwischendurch. So, ah, konnte man mal reinschalten. Hatte man immer mal was zu tun. Ähm. Finde ich ganz geil eigentlich. Ähm. Die Paralympics gehen jetzt ja bald los. Ich weiß gar nicht, ob die übertragen werden. Ich hoffe mal schon. Gucke ich mir die auch ab und zu mal an. Ich finde das einfach interessant, über Sport laufen zu haben. Und... ...irgendwo, wo Deutschland dabei ist, irgendwas zu haben, wofür man ist. Und auch die Verklimas reißen. Im Gegensatz zum gerade eben angesprochenen Hammer-Sportverein. Ja. Die Deutschen haben aber, ah, olympische Spiele. Puh, Leute, Leute, Leute. Was war das am Ende? Platz 6, glaube ich. Ah. Mögen wir nicht drüber reden. Also es waren viele Silber und Bronzemedaille. Das war wirklich, wirklich bitter. Immer ganz knapp an der Goldmedaille vorbeirutscht. Aber muss es auch ein bisschen immer einsehen. Wenn immer einer besser war, dann ist das so. Ganz geil fand ich Robert Hartinger nach dem Diskuswerfen. Sein Jubel, wie er über die Hürden stürzt. Aber so Höhepunkte und geile Szenen zwischendurch gibt es dann auch mal. Aber wieder im letzten Wurf. Ganz knapp. So. Weg vom Sport. Wieder zu Lego Star Wars. Na ja, ist ja auch Sport. Hier, guck mal, wie er läuft jetzt. Zack, zack, zack. Und da macht die Drogen platt. Die Zeit kann ich nicht abschließen. Die sind krass verzaubert. Die haben sogar... Die sind zu turbo-bläulich so. Hm. Und... Ah. Souverän. Hat da oben noch irgendwas? War da noch irgendwas? Ja. Nein. Da komm ich nicht hin. Da komm ich leider nicht hin. Ja, komm. Oh mein Gott. Mein Gott. Er hat es fast geschafft. Batz, Batz. Ähm. Batz, Batz. Nein. Oh. Ja, ja. So ist das. Selbst in solchen Spielen fehlt man mal. Äh, was heißt in solchen Spielen? Ich find's geil. Ich sollte mal das... Ich sollte das Spiel mal nicht ins Lägerliche ziehen oder mich darüber lustig machen. Das bringt mir immer noch Spaß. Und das vor allem zu Let's Play bringt Spaß. So. Ja, okay. Spielen säkerlich ziehen vielleicht nicht, aber die Gegner, die Druiden... Äh, okay. Das war jetzt das falsche... Argument am Platz... Ähm. In dem Moment abzuschmieren. Das ist Fail. Da findet das Wort Fail gleich mal eine neue Bedeutung. Also... Genau das ist es. Steppt vielleicht in 10 Minuten einmal. Und jetzt spreche ich das gerade an und dementsprechend sterbe ich. Gut ab. Ähm. So, was... Was geht jetzt? Jetzt geht rausstellen. Und eine geheimnisvolle Tür öffnet sich. Aber da werde ich jetzt nicht hingehen, weil ich jetzt erstmal die wertvollen Silberminzen einsammeln muss. Die ungefähr 10 wert sind. Naja. Naja. Mit Kleingeld. Kleingeld ist in der Masse auch Geld. Und damit werde ich dann ordentlich im Star Wars Shop hoppen gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oder ich spar. Oder ich lege ein Siro-Konto an. Bei der Star Bank. Mhm. Kriege ich, glaube ich... Kriege ich, glaube ich, so ordentlich Zinsen. Ich glaube, 2%. 2% Zinsen. Das ist doch was. Bei der Star Bank. Und da werde ich, denke ich, auch gleich mal mein Geld hinbringen. Und, ähm... Vielleicht auch ein bisschen sparen, ne? Man braucht ja so ein festes Konzept, ne? Wie man sein Geld am besten einlöst und behält. Ähm... Ja, komm, Leute. Komm, Leute. Ich soll mal aufhören, so viel Bullshit zu labern. Die nächste Tür öffnet mich. Und das sieht aus nach einem Loch da unter. Wenn ich mich leicht... Oder wenn ich mich richtig entsinne, müsste da schon der Ausgang des Levels sein. Deswegen werde ich da jetzt nicht reinspringen. Sondern ich werde noch weiterhin Münzen einsammeln. So. Witz. Und mal wieder ein paar blaue Münzen einsammeln. Die tun immer gut, die Dinger. Ähm... Die auch. Und... Der ebenfalls. Die auch. Und die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Und der. Und der. So. Leute. Silber, 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 Gold, Gold. Oh, so. Jetzt kommt auch noch ein Minikit zum Vorschein. Und hier haben wir noch einen Busch, den wir zerstören können. Ja, spielt die Realistik auch immer eine Rolle, ne? Wer zerstört nicht gerne den Busch in seiner Freizeit? Ja. Das macht die... Das meint ihr doch auch gerne, oder? Wenn man da Pistol rumlaufen und die Büsche abknallen. Am geilsten ist es ja auch, wie sie dann explodieren. Normale Härte. So. Brownie. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen Amida... Wir haben Jedis? Scheiße, Mann. Wo kommen die denn her? Ach, die haben wir ja getroffen. Oh, mein Gott, ey. Alter, bin ich schlecht. Hier, wir laufen die Gatter mit Jedis rum. Ich laufe mit so einem verkackten, äh, Pistol-Typen rum. Och, Leute. Tut mir das nicht an. Mit so einem hässlichen... Brownie da, oder Amida, oder wie sie alle heißen. So, alles das gleiche packt da. Ganz in rassistischen Menschen da. Ach, komm. Soll ich jetzt zurücklaufen hier, oder was? Um irgendwas einzulämmeln, was man mit dem Pistol mal nicht machen kann. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, weil wir das freie Spiel sowieso noch spielen müssen. So, ich frag mich jetzt gerade, warum das jetzt hier so... Ah, da oben ist also ein Minikid. Aber... Ich möchte jetzt nicht... Das Ganze ins Negative reißen und ein bisschen die Hoffnung verlieren. Aber ich glaube, ich werde da nicht rausspringen können. Wenn man da einen ganz hohen Springer... Für Brau. Er macht es, aber... Höher kommt er auch nicht. Eine totale Lusche. Schmeiß ihn in die Mülltonne. Der hat sowieso nichts drauf. Och, und Eisending. Die kriege ich auch nicht zerstört. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Zack. Und rein in eine gute Stufe und eine neue Storyfrequenz. Roger, roger. Oh, oh. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Und in meine Charakterliste geht... Königin Amidala und Käpt'n Panaka. Äh, so ein Kanake... Panake mein' ich ja. Panaka. So, ich bin wie immer ein wahrer Jedi. Hm, nur die Waren kommen in den Garten. Ne, die Waren kommen in den... Hm, in den Mos Eisdekantena. Scheiß drauf. Und eine 95.590 Münzen hab' ich. Und Minikets hab' ich natürlich auch ein paar gesammelt. Zwei Stück, um genau zu sein. Und... Goldstein hab' ich jetzt. Sechs. So. Kein kleiner, großer Schnickschnack drumherum. Story fortsetzen. Drei Stück, um genau zu sein.